Unser Abenteuer auf der Seejagd Destiny in Neukaledonien wie treffend den Weltbundsegler Uli Kramer Hab die ganze Welt gesehen Von Singapur bis Erberlin Wenn du mich fragst wo's am schönsten war Natürlich in Neukaledonien Es war ne harte Überfahr Zehn Wochen nur das Deck geschrubbt Hab die Welt verflucht In den Wind gespuckt Und salziges Wasser geschluckt Als wir den Anker warfen war's himmlische Ruhe Uli ankerte und da waren wir Sie nahmen ihre Blumenkränze ab Und warfen sie zu uns herüber Hey und schon war die Party im Gange Ja 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 Und das ist der erste Offizier Eva Sie feiert ihren Geburtstag Ja Ja Das ist die Destiny Ich hoffe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, jetzt gehen wir auf den Kurs. Lass erst mal die Dirk runter, ne? Ja, die Dirk kannst du runterlassen. Genau. Jetzt gehen wir auf den Kurs. Okay, jetzt gehen wir auf den Kurs. Was? Gehen viele bis. Die Dirk ist los. Geht hier mal. Was? Lass er auf den Boden. Mal gehen. Jetzt sieht der Kau. Der geht was anziehen. Der Kau. 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 Der Kau.